Über den Crash zwischen Max Verstappen und Lance Stroll im zweiten freien Training beim Grand Prix von Portugal. Redet die Formel 1, redet das Netz und reden jetzt auch wir, wir, das ist mein Kollege Stefan Ehlen und ich. Stefan, ich frage dich direkt, wie hast du diesen Unfall gesehen, bei wem siehst du eher die Schuld? Also ganz grundsätzlich, Christian, es fährt einer dem anderen ins Auto und wenn ich dann denke, wo Max Verstappen sich befunden hat auf der Rennstrecke, nämlich nicht mal auf gleicher Höhe, dann ist für mich eigentlich klar, dass ein bisschen mehr Schuld bei Max Verstappen liegt. Der räubert den Lance Stroll da raus, insofern bin ich nicht damit einverstanden, dass es am Ende 50-50 ist, sondern ich sehe schon eher die größere Schuld bei Max Verstappen. Letztendlich ist er es, der den Unfall verursacht. An der Stelle vielleicht ganz kurz, inzwischen haben wir ja auch schon ein Urteil vorliegen der Rennleitung, das sagt No Further Action. Und zwar mit der Begründung, das haben vielleicht noch nicht alle von euch mitbekommen, dass Lance Stroll, die Vorgeschichte, das hat man ja auch gesehen schon im Fernseher, war ja, er hat sich am Ende der vorherigen Runde, kurz bevor das passiert ist, schon an Max Verstappen vorbei überholt. Was wir nicht wussten, Lance Stroll war auf einer schnellen Runde, als er an Max Verstappen vorbeigegangen ist, hat dann die Anweisung von seinem Team bekommen, er möge noch auf eine zweite schnelle Runde gehen. Und im Nachhinein sagt Lance Stroll, Max hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass ich nochmal auf eine schnelle Runde gehe, sondern Verstappen ist wahrscheinlich einfach davon ausgegangen, dass Stroll, und so wäre es normalerweise auch gewesen, vom Gas geht. Tatsächlich war es dann eben anders, beide haben voll drauf gehalten vor dieser ersten Kurve und so kam es zum Crash. No further action. Ich bin ehrlich gesagt eher bei dir, Stefan. Ich hätte es auch so gesehen wie Johnny Herbert, da hast du ja gerade einen Artikel gemacht, kannst du vielleicht auch noch kurz darauf eingehen dann, was Johnny Herbert und Christian Horner im englischen Fernsehen aufgeführt haben. Für mich war tatsächlich eher Max Verstappen schuld. Man geht ja instinktiv teilweise in die Reaktion rein, wenn Lance Stroll, ein eher Nachzüglerfahrer, oder Nachzügler ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber nicht ein absoluter Topfahrer, auf einen Topfahrer trifft, dass man instinktiv mal sagt, mein Gott, der muss ja aus dem Weg gehen. Aber tatsächlich hätte ich es auch so gesehen. Beide waren auf einer schnellen Runde, hatten somit grundsätzlich mal das gleiche Recht und es ging der Frontflügel von Max Verstappen gegen den Heckflügel oder gegen den hinteren Teil des Fahrzeugs von Lance Stroll. Lance Stroll ist dann abgeflogen. Für mich auch die Schuld eher bei Verstappen. Ob man es bestrafen muss, weiß ich nicht, aber eins kann man sagen, wirklich beides Idioten, dass sowas in einem freien Training passiert, das hätten echt beide sehr locker bedienen oder verhindern können. Was ich glaube, dass Max Verstappen einfach schon gekocht hat, als er da vor der ersten Kurve war. Erstens, weil davor ja schon was Ähnliches passiert ist mit Carlos Sainz, den hat er dann am Funk als Mistkerl bezeichnet. Und dann auch noch die Geschichte mit Lance Stroll, der da nicht vom Gas gegangen ist, womit er aber eigentlich gerechnet hätte. Und dann hat es ihm, glaube ich, gereicht. Und dann ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen das Temperament durchgegangen an der Stelle. Ja, ich glaube, bei Max Verstappen ist da so ein bisschen Selbstverständnis da, Achtung, jetzt kommt der Platzhirsch, ich will da durch. Und er wäre eigentlich dazu in der Lage gewesen, dieses Duell bzw. diesen Crash zu verhindern, weil er kam von weiter hinten. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, die Rückspiegel in der Formel 1, die sind Banane. Ja, da sieht man gar nicht viel. Und ich glaube, aus der Position von Lance Stroll, der vielleicht sogar auf sein Display geschaut hat und auf der Geraden nicht mal wusste, dass Max Verstappen kommt, weil er gedacht hat, der lässt mich vorbei, der pusht jetzt eh nicht. Der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, der hat vielleicht nicht notwendigerweise in die Rückspiegel geschaut und hätte vielleicht dort auch Max Verstappen gar nicht erkennen können, als es dann so war, dass der Verstappen schon neben ihm war. Max Verstappen wiederum, der sieht natürlich ganz klar, wo ist der andere, der hätte also viel früher schon Tempo rausnehmen müssen. Und du hast es angesprochen, es gab da ein recht scharfes Duell. Das war eigentlich gar nicht als Duell angelegt im britischen Fernsehen, und das war eigentlich nur die Nachbesprechung, die Analyse zwischen Christian Horner, der selbst ehemaliger Rennfahrer ist, und Johnny Herbert, der selbst ehemaliger Formel 1-Fahrer ist. Und Christian Horner hat das so ein bisschen erklärt. Naja, also der Verstappen, der wollte halt einfach vorbeifahren, so in dem Sinn, und der hat halt nicht gedacht, dass der Lance Stroll ihn da so übersieht und eigentlich sei es die Kurve vom Verstappen gewesen. Und da hat der Herbert recht entschieden und recht ernst eingehalten und hat gesagt, Moment mal, also so ganz stimmt das natürlich nicht. Die Kurve von Verstappen war es nämlich sicherlich nicht, was allein daherkommt, dass Verstappen einfach weiter hinten war. Und der Johnny Herbert hat es auf einen recht einfachen Nenner gebracht und gesagt, rechtes Hinterrad, linkes Vorderrad. Wenn die beiden zusammenkommen, dann kann man definitiv nicht von gleicher Höhe sprechen. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt da eben im TV und schlussendlich kam dann raus, dass der Horner so ein bisschen reingegangen ist in die Erklärung, naja, okay, vielleicht hat Max Verstappen doch eine Teilschuld, vielleicht ist es am Ende auch 50-50, so hat er es genannt. Also Christian Horner hatte dann am Ende dieses Gesprächs dann vielleicht doch den richtigen Riecher, dass beide irgendwo dazu beigetragen haben. Reingegangen ist er aber ganz klar mit der These, nee, nee, der Max, der hat da gar nichts falsch gemacht. Und sorry, aber das war von Anfang an Käse. Kann ich so zusammenfassen unsere Meinungen, Stefan, dass wir sagen, tendenziell ein bisschen mehr Schuld bei Max Verstappen. Ich sehe dich nicken, das sehen unsere Zuschauer jetzt gerade nicht. Hättest du auch eine Strafe gegeben? Wäre dir diese Mehrschuld bei Verstappen auch für eine Strafe ausreichend gewesen? Oder sagst du, let them race, wollen wir mal nicht kleinlich sein? Also angesichts dessen, dass es völlig unnötig war in einem freien Training, glaube ich, hätte man schon was geben können. Ich glaube aber ehrlich, es hätte eine Verwarnung getan. Andererseits, der Schaden ist jetzt eh angerichtet. Beide haben da irgendwie beschädigte Fahrzeuge. Wenn sie sagen 50-50, dann finde ich eine Strafe nicht fair. Andererseits muss man sagen, wirklich, der Verstappen hätte es in der Hand gehabt, das zu verhindern. Das hat er nicht gemacht. Er ist da ein Risiko eingegangen, unnötig im zweiten Freitagstraining. Da hätte man schon was geben können. Ich glaube, eine Verwarnung wäre angebracht gewesen. Punkte oder andere Strafen, glaube ich nicht. Aber man hätte zumindest irgendwo die Botschaft rausbringen können. Freunde, das wollen wir eigentlich nicht. Jetzt hat uns gut unterhalten der Funkspruch von Max Verstappen. Den möchte ich an der Stelle kurz vorlesen. Wir haben versucht, den möglichst akribisch ins Deutsche zu übersetzen. Ist dieser verdammte Kerl blind? Was zur Hölle stimmt nicht mit dem? Jesus, was für ein behinderter Vollidiot. Mein Auto ist beschädigt. Was für ein Mongo, ich schwöre es euch. Nicht alles davon war im TV zu hören. Insbesondere, also da hat es einige Male gepiepst, der Fan. Problematisch finde ich ein bisschen, oder ich fange anders an. Ich schicke vorweg, ich würde das nicht sanktionieren und bestrafen. Weil ich bin ein großer Freund davon, dass man Emotionen in der Formel 1, gerade am Boxenfunk, wo der Pfarrer, glaube ich, in solchen Situationen nicht bewusst ist, dass das an ein Millionenpublikum rausgeht. Also ich finde, das sollte man eigentlich nicht sanktionieren und bestrafen. Trotzdem ist es natürlich kein wahnsinnig schönes Signal, wenn einer behinderte Vollidiot sagt und Mongo verwendet. Auch nicht zum ersten Mal übrigens, dass Max Verstappen das passiert. Muss man da was machen, Stefan? Und wenn ja, was? Also ich bin da bei dir, wenn du sagst, eigentlich wollen wir ja, dass die Fahrer Emotionen zeigen, dass die im Prinzip sie so geben, wie sie halt nun mal sind, dass da auch ein bisschen Charakter, dass da auch Typ rauskommt. Und das ist aus der Emotion raus. Da spricht das Adrenalin von Verstappen, der natürlich nicht fassen kann, dass ihm da jemand die Kurve weggenommen hat, dass da jemand nicht so gehandelt hat, wie er es erwartet hat, dass er als Blattschirsch da irgendwo gefangen wurde. Deswegen verstehe ich das ja. Abgesehen davon, es geht natürlich nicht, was er da sagt. Das ist diskrimierend, das ist diffamierend. Macht man nicht. Aus der Emotion raus mag das vielleicht einfach so entstanden sein. Ich glaube aber nicht, dass man es bestrafen muss. Andererseits darf man nicht vergessen, es gibt ja gerade gewisse Tendenzen, dass man tatsächlich politische Korrektheit überall durchsetzt. Du erinnerst dich natürlich an Mugello, als Lewis Hamilton da dieses T-Shirt anhatte, worin das dann gemündet hat, haben wir gesehen. Die FIA hat dann Regeln anlassen, dass die Fahrer dann künftig nur noch ausdrücklich im Rennanzug, der bis oben hin geschlossen sein muss, aufs Podium dürfen, um irgendwelche Statements jeder Art quasi abzublocken, um sicherzustellen, damit dann niemand irgendjemand auf den Zeh treten kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ja so ein Funkspruch, in dem einer wirklich beleidigt, der widerspricht zum Beispiel auch dem Ethikkodex, den die FIA sich selbst auferlegt hat. Da gibt es einen Abschnitt, wo es dann klipp und klar heißt, man darf nicht diskriminieren, egal aus welchen Gründen. Man darf also auch nicht beleidigen und dergleichen. Und das hat Verstappen hier gemacht. Es wurde zwar gepiepst, aber trotzdem ist durch das Piepsen ja klar, das war nicht so ganz fein, was er da gesagt hat. Also im Prinzip, diese Worte sind gefallen, sie sind draußen, das ist wahr, das ist Realität. Und wenn es diese Richtlinien gibt, an denen man sich zu halten hat, dann gilt das auch für die Emotionen. Insofern glaube ich, ist es jetzt extrem schwierig, für die FIA da eine Maßgabe zu finden. Machen wir was? Machen wir nicht? Auch da wahrscheinlich könnte man sagen, Max, watch your mouth. Also pass ein bisschen auf, was du sagst. Sprich, wir geben vielleicht eine Verwarnung. Eine Strafe halte ich jetzt dafür auch zu viel, weil wir wissen, naja, okay, der Max hat es schon öfter gemacht, dann müssten Sie sich vielleicht was überlegen. Andererseits denke ich mir, komm, wir wollen Typen haben in diesem Sport und dann gehört sowas auch dazu, auch wenn, und das muss man natürlich betonen, das eigentlich nicht zu tolerieren ist, das eigentlich falsch ist und dass es definitiv keinen Platz haben sollte, solche Beschimpfungen. Also inhaltlich indiskutabel, was Max Verstappen da am Boxenfunk von sich gegeben hat. Wir plädieren aber dafür, dass man den größeren Kontext sieht, die Leidenschaft und die Emotionen auch nicht zwangsläufig unterbindet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht tatsächlich so beleidigend gemeint hat, wie es dann letztendlich rausgekommen ist. Und nicht zuletzt bin ich auch ein gebranntes Kind. An der Stelle möchte ich vielleicht sagen, mir ist kürzlich, Stefan, wir beide haben das auch diskutiert, eine Headline durchgerutscht mit einem irren Italiener im Zusammenhang mit der Kart-WM in Lonato und den Zwischenfällen, die da passiert sind. Gibt es übrigens auch in diesem Channel zum Anschauen. Kann ich mich vielleicht an der Stelle auch entschuldigen, war auch nicht diskriminierend gemeint. Es ist natürlich genauso, wie das, was Max Verstappen gesagt hat, eigentlich nicht die feine englische Art. Das war es auch schon von uns. Ihr hört uns alle spätestens am Montag wieder, wenn wir die letzte Nacht durchbesprechen. Inzwischen freuen wir uns, wenn ihr auf unseren Portalen motorsporttotal.com, formel1.de und motorsport.com das Wochenende im Portimao verfolgt. Denn das wird richtig spannend, auf einer richtig coolen Schrecke. Dazu gibt es jede Menge aktuelle Analysen, auch bei uns im täglichen Live-Ticker. Vergesst natürlich auch nicht, uns auf diesem Channel zu folgen, unseren Social-Accounts zu folgen, auf Instagram, Twitter und Facebook. Und natürlich auf unseren Portalen. Wie gesagt, da gibt es alles zum Rennwochenende im Portimao. Wir freuen uns drauf. Bis bald. Bis bald.